Herzlich Willkommen zu Wolfenstein's The New Order. So, Stopp-Uhr starten. Und... Tür öffnen. Ganz klar. Oh. 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 Ich kann nicht hochgucken. Ich bin nicht der Arsch. Echt? Unglaublich. Da denkt man, man wüsste, wie ein Insekt denkt. Und was von ihm zu erwarten ist. Doch weit gefehlt. Du erbärmliches Stück Scheiße. Überall Blut. Ich werde jede einzelne Kakerlake zertrieben. Ich werde jede einzelne Kakerlake zertrieben. Ich werde jede einzelne Kakerlake zertrieben. Oh, Schimms kann aber was ab. Oh. Geht ihr jetzt? Ja, mach ich. Sieht aus wie... Wer hört das wohl bei dem GMT-D? Da oben steht noch einer. Was ist das? Ah, ich hab den Plan von der Kaserne. Oh. Hier hinten ist noch eine Tür. Das sind... Brennungshöfen. Da gehts hoch. Dann können wir erstmal hier schauen. Zwei Messer hab ich nicht. Ach du Kacke. Hier sind wir wieder. Hier sind wir reingekommen. Jetzt müssen wir also nach oben. Das ist ein Schwein. Das klingt nicht. Jetzt sehen wir den Astras rein. Ja, ja. Werden sie ein Soldat der Zukunft. Ich glaub die Zukunft, die wünscht sich kein Mensch. Huch. Huch, da war ich zu hastig. Da war einer. Kein Messer. Hätte gern noch ein... Messer. Oh. In diesem Raum war ich auch nie. Ich nehm das jetzt mal vorsichtshalber. Messer sind hier aber auch nicht, ne? Messer sind hier... Mangelware. Hab ich nicht gesehen. Kommt der her. Der dreht sich um. Oh. Und mir keiner im Rücken fällt. So, und jetzt kümmern wir uns mal um diesen Typen da. Der sich hier gerade die Finger wäscht. Oh, das war ja einfach. Das war's. Und ich hab wieder zwei Messer. Ich nehm ihn lieber mit. Der hat's hinter sich. So ein Schwein. Das ist ein Schwein. Da steht wer. Schön. Langsam. Ich dachte ich hätte was gehört. Das muss es sein. Ah. Die Steuereinheit für die Sicherheitssysteme. Ich will noch was Schönes. Eine Waffe vielleicht. Noch ein Enigma-Fragment. Meine Fresse. Jetzt hab ich ja hier schon drei in kürzester Zeit gefunden. Oh, hier fehlen immer noch genug. Naja, die heißen ja Enigma-Codes. Kommt. Ich hab doch eben J gedrückt. Blödes Ding. So. Ihr seht da oben das kleine runde Symbol. Den Typen haben wir erledigt. Hier ist noch Rüstung. Da liegt ein Zettel. Kroatisches Luxus-Hotel auf dem ersten Platz. Haben Sie Lust auf einen entspannten Urlaub? Immer. Die Perle des Mittelmeers. Ja, ich lese das jetzt nicht vor. Sie, äh, sie. Ihr könnt das denn lesen, indem ihr stoppt. Oh, Entschuldigung. Hier flog was. Sehr schön. Wie sieht denn schon mal aus? Ich glaub, ich hab hier jetzt alles, ne? Nee, lieber nicht. Die ist zu. Verdächtige keinen Freund. Melde ihn. Aha. Steckt er jetzt eigentlich die Messer weg? Ja. Hier steht das Ding. Warum ist da so ein Feuer da? Ding ist da vor. Wir haben nicht eine perfekte Welt. Makel haben darin keinen Platz. Sie als Arbeitler sind erwiesenermaßen mit Makel behaftet und müssen korrigiert werden. Dies ist Ihre letzte Chance, Ihren Wert unter Beweis zu stellen. Arbeiten Sie an. Dann werden Sie freigelassen. Ja, den Spruch kennt man irgendwo, ja. Manchmal muss man auf andere Weise Widerstand leisten als mit Gewalt. Die kleinste Veränderung der chemischen Zusammensetzung destabilisiert das Gemisch. Die Struktur erodiert, sie schimmelt. Ah, Sicherheitssysteme? Erledigt. Wow, Riese. Wie, wie heißt es hier eigentlich, Junge? Blazkowitsch. Blazkowitsch, ja. Blazkowitsch. Also, die Sicherheitssysteme sind ausgeschaltet. Sie können dieses Tor passieren und zurück durch die Fabrik und das blaue Tor zu Block 6 gehen, wo das Kommandogebäude liegt. Schleichen Sie rein und holen Sie die detronische Batterie. Bitte beeilen Sie sich, bevor jemand merkt, was Sie getan haben. Ich wünsche Ihnen Glück. Was meinen Sie? Viel Glück. Aha. Er wünscht mir viel Glück. Interessant. Dort. Findet ihr die detronische Batterie? Die Sicherheitssysteme sind ausgeschaltet. Richtig. Die Geschütze sind deaktiviert. Auch richtig. Jetzt dürfte es kein Problem sein, und er denkt ins Kemondogebäude zu gelangen und die Batterie zu füllen. Oder so. Das ist das hier. Das sieht so schön golden aus. Aber ich muss bestimmt hier lang. Ach, das geht. Huch. Ich habe meine Messerchen. Hier geht es eh nicht lang. Aber hier. Hier komme ich auch nicht weiter. Aber hier. Ah. Ein T4. Auch spiegelverkehrt. Warum ist das spiegelverkehrt? Ah. Wo sind wir denn hier? Aha. Das sind wir. Das Kommandogebäude. Das hier? Dann gucken wir uns hier erstmal vorsichtig um. Da ist ein offenes Fenster. Ah, hier sind die LKWs mit diesen Viechern drin. Hier ist nichts. Hier wäre ich reingekommen, wenn ich die andere Zeitlinie von weit genommen hätte. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin, glaube ich, über das Gerüst gegangen. Und das werden wir jetzt hier auch tun. Grün, vorsichtig vorbei. Lag da was? Nein, hat getäuscht. Eine imposante Kulisse hier. Echt gut gemacht. Ja. Ich bin mal gespannt, ob ich das Let's Play vorher fertig habe. Ich weiß es nicht genau. Ich habe nämlich jetzt vor, mein PC umzubauen, sodass er natürlich dann auch deutlich mehr Medi schafft. Warum habe ich das jetzt genommen? Leistung hat. Ich bin mal gespannt, ob ich das denn wirklich mal endlich in höchster Auflösung spielen kann. Ich meine, das sieht so schon bombastisch aus. Wunderschönes Spiel. Und nicht nur von der Optik her. Ich finde es sehr, sehr gut. Also das Highlight des letzten Jahres war ja für mich Bioshock entfindet. Das kam ja auch mehr im Frühjahr raus. Und nichts, was danach kam, hat das Spiel für mich geschlagen. Und im Moment sieht es so aus, dass dieses hier für mich das Highlight werden sollte. Obwohl Bioshock immer noch an erster Stelle steht. Also ich habe danach, bevor ich das, oder nachdem ich das das erste Mal gespielt habe, habe ich es noch gleich ein zweites Mal gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat. Und dann habe ich angefangen Bioshock 1 und 2 durchzuspielen. Ich habe mir, glaube ich, eins noch extra gekauft. Und habe dann Bioshock Infinite ein drittes Mal gespielt. Ich weiß. Na, ich muss mal das Krabbe gleden. Ich gucke mal hier vorsichtig rein. Da steht wer. Dann machen wir jetzt mal die Tür auf. Die Batterie muss hier irgendwas sein. Der Hund ist hier auf. Das war knapp. Hey, was machst du hier drin? Ich bin noch gar nicht drin. Ach, ich habe ihn als Wurfmesser nicht braucht hier. Gott sei Dank, das war knapp. Oh! 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 Wo ist mein Messer? Gibt es was, was zu trinken? Nix. Auch nix. Geheim. Da würde ich reingucken. Messer? Gut. Immanuel Schell. Was war das? Raumfahrtpionier. Ah. Was steht da auf dem Stempel? Keine Ahnung. FR-Stift. Hier. FR-Stift. Huch. Gut. Mir geht es jetzt soweit gut. Den hier nicht mehr ganz so. Frau Hengel. Frau Hengel. Was haben wir denn hier? Leitartikel Widerstandszellen aktiv. Viele von uns dachten, dass die Terroristenzellen in und um Berlin herum nach einem halben Jahr der Inaktivität endlich ausgelöscht wären. Doch seit der Flucht eines wichtigen Mitglieds des Widerstands vor einigen Wochen deuteten, einige Wochen schon her, beunruhigende Ereignisse in letzter Zeit auf eine Reaktivierung der Zelle hin. Das ist richtig. Was haben wir denn hier? Ich habe irgendwas gefunden. Keine Ahnung was. Ich soll die Batterie finden. Das war sie nicht. Das war ein Geheim. Ein Zettel. Oh, sie mag Gläser und sie mag... Das wird mich mal... Soll es schon Beamen heißen? Black Label. Eine Tasche. Ein Fenster. Das ist das Fenster, was offen war, was wir von unten gesehen haben. Was haben wir hier? Nischt. Auch nischt. So, vorsichtig. Das Klo. Ist ein bisschen Medizin. Äh! Äh! Freudeibel. Ist aber nicht eines Hauptquartiers würdig. Okay. Da geht wer. War ja auch klar, dass das noch nicht alles war. Wir haben ja auch noch nicht... ...die Batterie gefunden. Das Fenster habe ich nicht gesehen, dass das offen war. Soll ich da mal die Messer reinstecken? Okay. Ich glaube, dann steht der... William ein bisschen unter Strom. Ja, hier sind wir sicher. Wir schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bis dann. Tschüss. Wie kommen wir denn auf? Vielen Dank.